Hey Leute, was geht? Willkommen zu der Auflösung des Gewinnspiels, des Giveaways, wie man es auch nennen will. Ich bin hier mit Lukas. Hey, hello. Oh, nee, hallo. Genau. Ja, geiler Start. Auf jeden Fall, hier ist das Video. Es gab nicht so viele Interessenten, aber okay. Ist mir ziemlich geil. Und zwar kopiere ich einmal den Link und füge sie in dieser Seite hier ein. Damit kann man YouTube-Kommentare random aussuchen. Und dann gucken wir gleich mal. Und zwar drücke ich einfach hier und dann wird ein Kommentar geladen, zufällig. Und wenn einer drankommt, der eigentlich nicht gewinnen will, schreibe ich ihm trotzdem eine Nachricht, dass er trotzdem ein Let's Play mit uns machen kann. Und wähle trotzdem den nächsten für das Spiel Gary's Mod. Genau. Jo, dann kommt jetzt der spannende Moment. Das muss so sein. Oh, mei, wirbel. Und es ist losgezockt mit dem Kommentar, aber beim Gewinnspiel wollen wir nicht mitmachen. Also, an dich kommt nochmal die Nachricht, wenn du oder ihr, ich glaube ihr seid zu zweit, wenn ihr möchtet, könnt ihr ein Let's Play mit uns machen. Jo, schauen wir mal. Und der nächste ist... Und der nächste ist... Der IST-1990 mit dem Kommentar. Ich will nicht gewinnen. Ich würde sagen, an ihn das gleiche, oder? Ja. Okay, der nächste... Und es ist wieder der IST. Also, ihr seht, ist das sehr zuverlässig. Und der Gewinner ist... Hotshift100. Bitte Kommentar. Ich will gewinnen, aber anstechend... Keine Ahnung, was das für ein Wort sein soll... Garry's Mod, sondern Counter-Strike-Source. Wenn ich gewinne, will ich es trotzdem. Ach ja. Also dann nur herzlichen Glückwunsch an Hotshift100. Du hast Garry's Mod gewonnen. Aber wahrscheinlich ohne Let's Play, weil das der losgezockt gewonnen hat. Jo. IST. So, dann schreiben wir auch gleich mal eine Nachricht an Hotshift100. Mit dem Betreff... Gewinn... Nee. Giveaway-Gewinner. So, ich mach einfach kurz und knapp. Herzlichen Glückwunsch. Schreib zurück. Schreib zurück. Mit... E-Mail-Adresse. Oder Steam-Account. Und Nachricht senden. Die Nachricht ist gesendet. Und dann schreiben wir noch an den losgezockt. Äh, der heißt doch auch so, oder? Weil es gibt ja seit dem... Seit dem Google Plus kann man ja irgendwie... Namen faken oder sowas. Ich glaub nicht. Ging davor schon. Ja, okay. Dann scheiß drauf. Äh, giveaway-Gewinner. Ich schreib mal Halb-Gewinner. So, ähm. So, ähm. wirklich losgezockt es sei nicht stimmt denn so ist den DTS IP schicken ob wir haben sie schon aber kannst trotzdem auch machen ich glaube nämlich nur hat die schon verschickt oh jetzt seht ihr alle meine Favoriten meine meine TS-Favoriten heftig doch bestimmt übel zu viel naja das geht Nachricht gesendet und das war es eigentlich ich hoffe mal das stimmt alles dass ich nicht an jemand Falsches gesendet habe auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch an die beiden und an die anderen es wird bestimmt nochmal ein Gewinnspiel kommen ein Giveaway was auch immer irgendwas irgendwann schon noch mindestens 200.000 Abonnenten ja auf jeden Fall also hier muss ich anstrengen also ein paar Fake-Accounts müssen schon her nein Spaß ja ich würde mal sagen bis zum nächsten Mal ja bis zum nächsten Mal tschau tschüss